Ja, das waren schon alle Prämierten der 31. Bamberg, kurz vor dem Tage. Aber das Festival ist noch nicht vorbei. Bis einschließlich Sonntag haben Sie noch Zugriff auf alle Festivalinhalte, aber auch auf die Inhalte, die in Woche 3 dazukamen. Also viele Spezialrollen, unter anderem auch Volkers Lieblingsfilme und die Sabo Fitztum Trilogie aus Österreich und noch viel mehr. Von daher noch viel Spaß mit der dritten Woche des Festivals. Aber Volker, ich glaube, da kommt noch mehr. Ja, auch nach dem Festival geht es weiter. Viele haben sich ja gewundert, warum nennen wir uns Bamberger Kurzfilmtage Volume One. Wir wollen online bleiben, aber auch analog werden. Sobald es wieder möglich ist, wollen wir Kino wieder in die Kinos bringen und nach draußen. Nachdem es aber jetzt aufgrund der Pandemie oftmals nicht möglich ist, dass sich 200 Leute um 20 Uhr in einem Kino versammeln, haben wir ein Projekt aus der Taufe gehoben und eine Förderung dafür bekommen. Das nennt sich Dive-In, digitale Zwischenwelten. Worum geht es? Kino soll nicht zur festgesetzten Uhrzeit stattfinden, sondern einfach entzerrt werden. Überall in Bamberg, in Schaufenstern, in Museen, in Hinterhöfen werden Bildschirme stehen, werden Leinwände stehen. Man kann sich da jederzeit dazuschalten als Bamberger. Also das ist leider nichts für online. Aber wenn ihr hier aus der Region seid, könnt ihr direkt dabei sein und Filme angucken. Es wird auch ein großes Sommer-Open-Air geben, wo nochmal Highlights des diesjährigen Festivals gezeigt werden. Also bleibt auf unserer Webseite, schaut, was so passiert. Herzlichen Dank. Wir sind fast durch, aber was wir immer ganz wichtig finden, nicht abschalten, sondern hört euch noch an, wem ihr dieses Festival zu verdanken habt. Wir haben ganz viele Dankeschöns und es geht los mit. Ja, allen voran wollen wir den Praktikanten der 31. Bamberger Kurzfilm-Tage danken. Wir haben als Festival eigentlich jedes Jahr Glück, dass wir Praktikanten finden, die Lust haben mitzumachen und dann sie auch den teilweise chaotischen oder Last-Minute-Aufgaben stellen. Und dieses Jahr waren das der Luca Ostermeyer und der Jaroslav Seboff. Also danke an euch beide. Ihr habt das sehr gut gemacht und ihr begleitet uns jetzt schon seit September, spätestens Oktober. und dieses Jahr zwei Monate länger sogar, aufgrund der Verschiebung nach hinten. Und ihr habt euch wirklich überall toll eingebracht und auch die Zuschauer haben euch gesehen, denn ihr habt einige Q&As und Interviews moderiert. Vielen Dank an euch. Volker, das war nur der Beginn der Danksagung. Dem wollen wir noch danken. Großes Thema ist ja momentan Geld in der Kultur. Wie kann Kultur weiterleben? Wo bekommt man Förderung her? Auch bei uns sah es mau aus. Wir haben fast gedacht, wir wären insolvent zum 31. März. Und dann kamen doch noch ganz wichtige Zusagen für uns. Herzlichen Dank an unsere Hauptförderer. Das ist einmal die Kulturstiftung des Bundes mit Fördergeldern aus dem Kulturtopf Dive-In. Dann natürlich das Bayerische Staatsministerium für Digitales zusammen mit dem Film-Fernsehfonds Bayern, die uns wie viele Jahre schon unterstützen, auch in die Richtung. Herzlichen Dank nach München. Herzlichen Dank an die Stadt Bamberg, die uns die Treue hält, genauso wie der Bezirk Oberfranken und auch die Sparkasse Bamberg. Und die Stiftung der Sparkasse Bamberg haben dafür gesorgt, dass sie überhaupt stattfinden können. Ja, außerdem danken wollen wir Naturstrom, der Medienzentrale Bamberg, den Hellschen Apotheken und den Stadtwerken Bamberg. Und Volker, wem noch? Die Liste geht noch ein kurzes Stück weiter. Herzlichen Dank an Oberfranken Offensiv, an Pro Denkmal, an Schwenk und Zegelke, an den Bürgerverein Mitte, an den Radladen, an das Ertelzentrum, an die Simba Dicke Group, an das Landratsamt Bamberg, an die Brauerei Spezial Bamberg und Mamma Mia Pizzeria. Ja, danke Volker. Außerdem gilt es noch, unserem künstlerischen Partner zu danken, dem Dieter Wieland. Und im Kontext von Dieter Wieland auch dem Bayerischen Rundfunk. Danke, dass wir die Filme zeigen durften. Außerdem gilt es noch, einigen Programmpartnern zu danken, ganz voran dem internationalen Künstlerhaus Villa Concordia und Nora Gommringer. Außerdem unserem Partnerfestival des diesjährigen Festivals, dem Ljubljana International Short Film Festival F.E. K.K. Ja, ganz besonders natürlich Gerrit Sachig und Diana Linz hier vom Lichtspielkino und vom Udeon Kino in Bamberg. Danke, dass wir hier unser Studio aufbauen durften. Außerdem, wie jedes Jahr, auch der AG Kurzfilm und diesem Jahr Interfilm und dem Kurzfilm Festival Hamburg. Da durften wir Interviews auch nehmen. Danke auch an euch. Der letzte Dank gilt denen, ohne die ein Festival nicht funktionieren würde, nämlich all denen, die sich für Film interessieren, den ganz, ganz vielen Filmschaffenden, den Filmhochschulen, von den Produktionsfirmen, also alle, die eigentlich ihre Filme hier einreichen, die für Film kämpfen, so wie wir. Herzlichen Dank auch ans Publikum. Ohne euch würde das Ganze keinen Sinn machen, denn wir wollen die Filme dorthin bringen, wo sie gesehen werden sollen. Und herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir bleiben in Kontakt, bleibt gesund und bis irgendwann mal wieder. Ade.